Ein Satellit besteht aus zwei Zylinder und einem Käfig, der die beiden Zylinder trägt. Die Zylinder sind nebeneinander angeordnet. Und jeder Zylinder kann mit einem Motor angetrieben werden. Nun passiert folgendes. Zuerst ganz am Anfang ist alles in Ruhe, also nichts rotiert. Dann beginnt der eine Motor zu arbeiten und fährt den Zylinder, den schwereren Zylinder, hoch auf 200 Rad pro Sekunde oder etwa 1920 Umdrehungen pro Minute. Danach beginnt der andere Motor zu arbeiten und lässt den zweiten Zylinder in Gegenrichtung rotieren, bis der Käfig wieder stillsteht. Das ist der Prozess. Und jetzt soll man diesen Prozess im Flüssigkeitsbild darstellen. Dann soll man ausrechnen, wie viel Energie der erste Motor aufwendet. Dann, wie viel Energie der zweite Motor aufwendet. Und am Schluss soll man noch bestimmen, wie gross das Massenträgheitsmoment des Käfigs ist, ohne die Zylinder. Nun, das Flüssigkeitsbild habe ich hier schon vorskizziert. Wir haben ganz links den Topf für den leichteren, also für den Satelliten mit kleineren Massenträgheitsmoment, also mit 20 km². Und ganz rechts haben wir den zweiten Zylinder mit 30 km². In der Mitte ist dann der Rest, nämlich der Käfig plus der Beitrag der beiden Zylinder zum zentralen Element. Jetzt fährt ja der eine Zylinder von 0 auf die Winkelgeschwindigkeit 200 pro Sekunde. Und dieser speichert deshalb den folgenden Drehimpuls, nämlich Massenträgheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit. Also Grundfläche mal Höhe. 30 mal 200, das sind 6 Kilo Newtonmeter Sekunde oder 6000 Kilogramm Quadratmeter pro Sekunde. Nun, in der Aufgabe steht, dass der zentrale Teil, also der Käfig, in dieser Zeit mit minus 20 km² pro Sekunde in Gegenrichtung rotiert. Wenn der Zylinder mit 200 rotiert und ein Massenträgheitsmoment von 30 hat und der Käfig durch diese Bewegung dann in Gegenrotation gerät, mit minus 20 pro Sekunde Winkelgeschwindigkeit, dann muss der Käfig als Ganzes, also dieser Teil als Ganzes 300 Kilogramm mal Quadratmeter Massenträgheitsmoment, aber dann 10 mal weniger Füllhöhe gibt, 10 mal mehr Grundfläche. In der zweiten Phase wird dann der zweite Topf geleert, der kommt aus ins Minus. Das heisst, der Zylinder rotiert ja in Gegenrichtung. Der geht runter auf minus 300 pro Sekunde Winkelgeschwindigkeit. Und wenn man das multipliziert mit den 20 Kilogramm Quadratmeter Massenträgheitsmoment, gibt er das Minus 6000, also wieder den gleichen Wert, aber Minus für den Drehimpuls. Das heisst, in der zweiten Phase wird also Drehimpuls von zweitem Zylinder in den Käfig gepumpt, wobei dieser dann wieder stillsteht. Das ist mal der Prozess im Flüssigkeitsbild. Jetzt die Frage 2 ist relativ schnell beantwortet. Nämlich, wie viel Energie wendet der Motor auf? Wir wissen, es werden 6 Kilonewunmeter Sekunde Drehimpuls gefördert. Gefördert wird vom Niveau 0 bis minus 20 bis zum Niveau 0 bis plus 200. Das heisst, gefördert wird im Durchschnitt von minus 10 pro Sekunde, das ist der Mittelwert zwischen 0 und minus 20, bis hinauf auf plus 100 pro Sekunde, das ist der Mittelwert zwischen 0 und 200. Das sind also 110 und das ist die Pumphöhe und gefördert werden ja 6 Kilonewunmeter Sekunde, das ist die Energie des ersten Motors ist 110 pro Sekunde. Mal 6 Kilonewunmeter Sekunde und das gibt 6,6 Kilojoule. Ja, das sind natürlich nicht 6,6 Kilojoule, sondern das sind 6 mal 110 gibt ja 660 Kilojoule. Der zweite Motor, das ist die Frage 3, wie viel Energie fördert der zweite Motor? Der zweite Motor, der muss ja wieder gleich viel Drehimpuls pumpen, nämlich 6 Kilo Newtonmeter Sekunde. Aber er muss ein bisschen weniger hoch pumpen, nämlich er muss von 0 auf minus 300 leeren, das gibt einen Mittelwert von 150 pro Sekunde. Also der zweite Zylinder, der mit dem kleineren Massensträgerinstrument, wird ins Minus befördert, das ist eine negative Rotation, zwar von 0 auf minus 300, das gibt minus 150. und hier wird von minus 20 auf 0 gepumpt, das sind also minus 10 wieder im Durchschnitt und der Unterschied von minus 150 auf 10 ist 150. Das heißt, von minus 140, von minus 150 auf minus 10 ist 140 und das gibt 6 mal 140, das gibt 6840. Das heißt, der zweite Motor muss nicht, wie ich vorher gesagt habe, weniger, sondern ein bisschen mehr Energie aufwenden. Und zwar muss er ja tiefer hinunter gehen mit der Winkelgeschwindigkeit, das gibt entsprechend dann mehr Energie. Nun, die vierte Frage ist, wie groß ist das Massenträgheitsmoment des Käfigs ohne Beitrag der beiden Zylinder? Dazu muss man wissen, dass der Drehimpuls eines Systems, eines Teilsystems, eines Gesamtsystems, kann zerlegt werden in Eigendrehimpuls plus Bahn, das kann man sogar vektoriell schreiben. Jetzt hier in diesem Fall tragen ja die beiden Zylinder einen Eigendrehimpuls, der wird ja hier dargestellt. Die beiden Zylinder tragen aber noch einen Bahndrehimpuls bezüglich der Gesamtschwerpunkte. Und das ist aus Symmetriegründen, oder aus Symmetriegründen ist das so, dass dann der Käfig selber keinen Bahndrehimpuls mehr hat. Jetzt kann man also den Bahndrehimpuls eines Zylinders ausrechnen. Der Bahndrehimpuls eines Zylinders ist m mal r² mal Omega. Und jetzt ist es so, dass die Masse eines Zylinders ist nach Vorgabe 100 Kilo. Die beiden Zylinder liegen zwei Meter auseinander, das ist der Radius 1 Meter im Quadrat mal Omega. Das heisst, dass der Beitrag eines Zylinders zum Gesamtmassenträgheitsmoment des Käfigs ist je 100 Kilogramm al Quadratmeter. Also kann man sagen, das Massenträgheitsmoment des Käfigs alleine ohne Zylinder ist gleich Gesamtmassenträgheitsmoment minus zweimal den Beitrag der beiden Zylinder. Die sind ja in der gleichen Masse, gleichen Abstand, das gibt zweimal 100 Kilogramm al Quadratmeter. Und übrig bleiben 100 Kilo al Quadratmeter. Das heisst, wenn man den Beitrag der beiden Bahndrehimpulse abzieht beim Massenträgheitsmoment, bekommt man einen Rest von 100 Kilogramm al Quadratmeter. Und das ist das eigentliche Massenträgheitsmoment des Käfigs.